Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Trace of Cold Steel 3, mit Zeit, dass wir der Lans Maiden aufs Dach steigen, oder beziehungsweise Steel Maiden, oder Iron Maiden, ich hab keine Ahnung, komm her. Ah, ist das schön, wenn die keine Chance haben, dem zu entkommen. Äh, White Decoration? Defense Formation, so dass es sich reduziert werden wird, ne, ok. Let's go, Raging Fire Formation! Auf Ihren Nied! Eine Öffnung! Eine Öffnung! Es ist mein Turn. Turn zur Prismatikflage! Es ist mein Turn. Ich hasse diese Attacke, warum? Weil es nicht so oft, wie ich mich einsetzt, der damals, bei den einen Fall. Das! Es ist mein Turn. Oh man, der muss zuerst weg. Hier geht's! Es ist mein Turn. Ja, jetzt! Eine Öffnung! Haha! Ja! Ja, Streich! Eine Öffnung! Das war ziemlich das... Ich hau halt so arg drauf, Alter. Ich liebe sie. Oh man. Ich will die, ich will die dabei, ich will die behalten. Und ich liebe sie im Sinne von, wegen dem Kämpfen. Nicht, dass ich auf welche Gedanken komme. Ah scheiße, nicht diese Arkanen müssen... Ja! Ja! Hup! Wait, das... The hunt is on! Ha! Let's stop! I'm itching to go! Let's go! Raging fire formation! Heh heh heh! Turn to death! Chrismatic flame! It's my turn! Second form! Gap! Now! An opening! It's my turn! Warte mal! I'm up! Da sind ja noch zwei Verkästorte! Very well! Du kleiner Dreckler! Now! An opening! Woohoo! There! It's my turn! It's my turn! Now! An opening! It's my turn! An opening! I'll handle it! It's mine! It's down! Now! An opening! Let's hit the scene! ist ja ja und 8 leaps 1 blade school ist mir schon alles klappt gravitation hammer irgendwie so was ich dachte ich scheiße wir werden fast durch jetzt kommt doch hier noch ein ganzer gang wir vergessen das ist ja weglaufen ich habe mir zwei gekillt holy shit komm slaschhammer impact am warum nur so weit kann der eigentlich ziemlich weit laufen hey ladies nochmal das komm erstmal dass wer wegkommt ja du kannst teilen ruhig aber den nehmen wir jetzt weg na ist der falsche den muss er wegkommen blitzen das mein es war noch hier ich habe mich hier halt einfach mal mit dem scheiß 4.000 abziehen das war ein gutes und meine 14 und ich will mich von 14.000 schnauze nerv ich nicht rum Ich würde es begrüßen, wenn die anderen auch ihre EP kriegen würden. Ich werde dich enden! Los geht's! Rangende Feuerformation! Jetzt! Eine Öffnung! Ich bin auf! 7. Form! Hier geht's! Das ist wie wenn du ein Schild angreifst. Hör mal, ich würde mal eins interessieren. Augments. Crescent Mirror. Das muss er ausführen. Break your Voicebreaker. Das ist ein Schild angreifst. Sie hat eigentlich nichts Besonderes. 70% Chance auf aktivieren im Battle. Das ist ein Schild angreifst. Das ist ein Schild angreifst. Alter, ernsthaft? Wieso? Echt so? Die hat... Sie tut... Äh... Ja gut, einfach drauf. Los geht's! Wollen wir mal! Zitulat! 4. 1. 2. 1. 2. 3. 5. Hä, wie der nochmal kommt? Warum kommt der nochmal? Ja, lauf mal da raus. Keiner dreckiger Pisser, ey. Äh. Tonight her. Ich hab's, ja. Es ist mein Geil. Ich bin auf! Ich bin auf! Ha! Es ist mein Geil. Ich hab's. Streich! Ein Öffnungs! Das war es! Das war ziemlich das Display, Prinz. Oh. Dass die Levels aufsteigen, finde ich immer noch strange. Das, das, ich finde es ja einerseits gut, ne? Dass die, ähm, Charakteren, die immer zu viel kommen, die wo ja stark sind und ach was weiß ich was, dass die... Hä? 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 Hast du irgendwas zum Anmachen? Ha! 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 Ich werde dich enden! Aber... Aber... Let's gehen! Wir sind ja jetzt auf... Ich würde jetzt sagen, Reen müsste auf Level 80 sein. Die anderen... Würde ich jetzt auf Level... Was sind die jetzt halt? Die sind jetzt auf 40 oder sowas, ne? So würde Class 7 passen. Also die neue Class 7. Reen ist dann auf 70 oder 80, hätte ich gesagt. Aber vom Können her... Müsste dann die Lake winnen? Keine Ahnung, 150 oder 200 sein? Was hat denn der 200? Oh, ja, Mann. Und... Oh, ja, Mann. Und... Es ist Raul! Es ist mein faded Name. Hatte sie das an mir�lichen? Ja! Es ist mein ochre! Es ist mein catalyst! Ja! Es ist meine Erica! Bist du das, wisst du das? Na, da kommen die Dicke immer in die Fräule Ihr kleiner Arschgeigen Auch vom Arsch, Alter, jetzt nervt es mich Kleiner Arschgeig, Alter Ne, geben wir mal ganz schön den Punkt, oder? Wer liegt jetzt eigentlich da drüben? Ist das irgendein Scheider? Ah, da hinten ist nochmal ein Ja genau, den wollte ich weg haben Ich muss nur wieder ein paar Pünktchen sammeln Ich muss nur wieder ein paar Pünktchen sammeln Weg jetzt damit Ja warum zum Spacken? Ja, haa Wir haben ihn in der Rückseite Wuhu Ich muss ... Wuhu Wuhu Obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat Ähhhhhh Da Der Wunsch ist auf. Müssen wir wirklich hier durchgehen? Wo bin ich jetzt hin, Alter? Irgendwo... Ah... Diese Raum ist... Es ist die Fortressen-Kontroll-Rum. Meine formeren Homeoffice, wenn du willst. Das hier ist stark! Seidig! Äh... Let's go! Raging-Fier-Formation! Lanny Hammer! Da! Es ist mein Turn. Auf Ihren Lied! Ja! Let's go! 2. Form! Jetzt! Eine Öffnung! Ja! Ob jetzt, wenn sie schon gebrakt sind, können wir das auch gleich reinhauen. Es ist meine Turn. Ja! Eine Öffnung! Ha! Es ist mein Turn. Oh ja, da war ja was. Ja! Oh, wir können auch einen hin machen. Ja! 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 Da war ja was. Da war ja was. Da. 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 Ja. Ja! 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 Ein Öffnung! Ah! Es ist weg! Ich bin auf! Jetzt! Ein Öffnung! Das ist es! Aber wie jetzt halt? Dieser letzte Ding? Nicht schlecht? Der Hunt ist auf! Oh ja, aber eine der Tür ist jetzt noch offen, ne? Hä? Da du bist! Die letzten Jäger! Ach komm! It's you! The strongest of the northern Jägers! Sarah Wallenstein as a Chevalier and you to think we would see you? It's the Golden Raksjaja! They must been lying in wait! Hahaha! What a gift! The Golden Raksjaja greet us upon our death! The day has come for us to take revenge off that you took our home! Revenge? They're still fighting for their home! No! Stop it! Fighting this way won't change anything! No! This is something that must be done! No! 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 This is but we will need you to tell us that! The principal! Yeah! Dass ihr Ladies jetzt voll am Arsch seid, ist euch klar, ne? Ähm, Breaker ist 200% Ich mach mal, dass das schön ist Jetzt können wir doch mal hier ein bisschen rubspacken, Alter, los geht's Oh, scheiße, Alter, was geht ab? Alter, die geht da voll schreitig Das haben wir noch Den haben wir noch Äh, was hast denn du eigentlich? Nix Du, das war ja angreifen Was magst du? Ist auch nix Green, du musst dir mal aushelfen Ne, geh mal weg Du kannst da stehen bleiben, du kannst auch noch stehen bleiben Ne, 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 passt schon Lass es mir Ja, mach das ruhig Ja, mach das ruhig Das ist das Das ist das 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 Gut, wir konnten sie suppressieren. KILL uns! Huh? Was sind Sie? Das ist ein battlefield. Sie haben gewonnen. Es gibt keine Neidung, um zu zeigen. Oh, mercy! Don't misunderstand, Nameless Jaegers. This is not your place to die. All I wish to do was honor your pride as the target of your unsated vengeance. And I have done just that. There is no point in spilling any more blood. Principal Le Guin. You deprived us of our home. And now you deprive us of our final resting place. And we shall... Ah! No! Ah! No! I won't be able to make it! No! 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 Ich bin der Daughter von Colonel Valestein. Wir denken, Adios, dass du hier bist. Ich bin dein Instructor. Ihr dürft ihr mich nicht sehen. Es ist ein bisschen late für das. Ich verstehe, dass man so sehr liebt kann. Ja, aber zu sterben ist einfach so schrecklich. Du hast gut gemacht, Instructor. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Wirklich. Vielen Dank, General. Vielen Dank für sie, was sie brauchen. Nicht wirklich. Ich habe nur was für mich zu tun. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Okay. Ich bin glücklich. Aber ich werde das Feuer geben. Ich werde das Feuer geben. Ich werde das Feuer geben. Randolph, dein Cousin ist ein Monster. Ja, sorry für sie. Ich werde es enden. Ich werde es enden, du psycho-freak. Es geht es. Ja. Ich denke nicht so! Haha, du bist wirklich schnell! Ich weiß, warum sie so mit dir ist! Geh sie weg! Wait, du bist hinter dem in Arctaria, nicht du? Wir würden nicht das Interrupten, die unsere große Plan für den Empire nicht vergessen! Du bist besser als ich erwartet, Black Whirlwind. Schön, dass die Feuer stöte, bevor ich den Rakshasa down bin! Hm? So die Blazing Demon finally rears its head! Everyone, stehe zurück! I just hope you don't burn too easily! Die! Ha ha! Seriously? The winds are still with me. He extinguished those flames all on his own? I'm amazed he's able to put up a fight against McBurn when he's all fired up! Now's our chance! Move! You ready, Jessica? Of course! What the?! Ha! You're wide open! Good! On to the next cannon! Yes, sir! Wow! They're not half bad! The Major knows what he's doing, but those kids aren't missing a step either! Ha 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 ha! Good thing we train him so hard! Aw, is the fun over already? He he he! Guess the rest is up to everyone at Juno! We'll settle this another time, Black Whirlwind! I'm looking forward to it! Especially if you bring your Golden Rock Shasta with ya! All four railway cannons have been reclaimed! Well done! All of you! But sir, the Naval Fortress! I'm aware! Squads three through eight, return to Juno! Squads one and two, hang back and secure the canyon! Sir! Now our hopes rest entirely on Schwarzer, Gaius and the students of the new class 7! And of course, General Le Guin! Oh, so geil, Alter! Genau wegen so ner Scheiße liebe ich das Spiel! Warum steh ich jetzt hier? Mega halt! Hä? Du! Du! Das sind die Einsammeltechniken! Äh... was haben wir hier? Als ob ich die dämliche Kiste nicht sehe! I see! Oh, das ist ein Geschenkabschuss. Oh, das ist ein Geschenkabschuss. Ah, ein Platz, um zu resten. So. Oh, mein Rest. Rest in Peace. Purchase Weapons and Armor. Mein Enix. Beowulf. Offensive Arts Increased CP. Ach so, ja gut, das ist ja... Alter, Exchange, 2000. Ähm, Augment. Slots haben wir ja eigentlich alles jetzt, ne? Offen, 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 offen. Offen. Okay. So, jetzt können wir aber mal schauen. Und Quarz. Tag 3, Strike 3. Swordbreaker 1. Kritische Rate um 3% hoch ist schon krass, ne? Ich meine, du könntest hier 9 machen, äh, 9 plus 6. Wenn du jetzt alle 3 machen würdest, würdest du halt einfach mal... Äh... 12... 18. 18% kritische Trefferrate. Hoch. Legbreaker, evade. Warte mal, haben wir hier... Das haben wir ja nicht, ne? Das kann ich so nicht einfach machen. Ah, das wär zu geil, ey. Das ist der Refrain. Haben wir im In... Ein Inventar. Jetzt machen wir mal... Slots. Augment. Wir haben hier einen Schu... Schu... Machen wir... Machen wir die Militär? Oh, voicebreaker runter? Ach, scheiße, da kann ich ja nur das machen, ne? Dragon Vision. Aber man kann ja nur nicht defeated, aber man kann ja nicht defeated, dass es mehr möglich ist, zu runnen. Nee, 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 nee. Ja, kommt die Fans 2 weg damit. Alter, ich hab das Seraphic Ring R auch noch. Äh, nee, das kriegt sie. Den kriegst du statt... Nee, Muse kriegt das. Die Muse? Hey. Ja, komm, Alter, niemand braucht Freeze. Aber warte, Seraphic Ring ist gelb. Impeed. Attack and craft can cancel arts. Delay minus 1, nee, das brauchen wir nicht. Aber doch, nee. 30% Chance ist zu canceln. Revolution, Deal Bonus Damage to High-Level-Enemies. Maximal plus 50%. Alter. Äh, ich kann ja hier nix wegmachen. Halt doch, warte, ich kann. Der ist wegmachen. Der ist wegmachen. HP2. Und dann kriegst du die Seraphic Ring R. So ungefähr. So ungefähr. Das Weapons Requires. Ja, stimmt, da war das. Das ist Customize. Äh, Customize. Nee. Nee. Ah ja, ich muss da so runtergehen. Wo war denn das? Domination, ne? Ah, für Domination hab ich einen Haufen Scheiß gebraucht, sobald ich weiß. Hat Domination nicht rot? Nee, Domination war gelb. Ah, fuck, dafür hab ich Fend gebraucht. Ja, ich kann das hier gar nicht so bauen. Shit. Okay, ignorieren muss man. Wir speichern das ab. Warte mal, kann ich HP3 machen? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich kann HP3 machen. Oh, buh. Das ist wegen 800 Leggy Boog gibt keine 1000 aus, Alter. Holy shit, Alter. So, die anderen stehen ja davor. Speichert hab ich. Los. Groupie ist in place. Up ahead is the castle tower. I know what's waiting for us and we better make sure we're ready for it. Ja, ja, hab ich doch. Pull the lever. Jetzt wird's lustig. Die Golden Rakshasa gegen Die Steel Maiden alias Lanz Maiden. Wie heißt die Wierdik heißen? Irgendwas mit Sandlot. At last. Our pass is clear. Let's go. Right. Wo ist ne große Robo? Alright, we've done our part. Let's keep it up. Right, we need to support the other team. Oh, oh. This is... It's fog. Nebel? 10 Uhr am Morgen. Ziemlich für Action für morgen. Oh, shit. What's going on? It's starting to get foggy. The seventh Anguess of Ouroboros. Arianroth. The Steel Maiden. She resembles every bit the woman we saw in Lohengrin Castle. Indeed, I presumed the Gnomes' conspirators would raise their weapons for battle. That you would appear in their place is a surprise. Perhaps banging down the door is uncouth, but, well, this used to be my place. It's only natural I'd see myself in. I am Aurelia Le Guin. It's a pleasure. I'm glad we were able to meet Steel Maiden. I've heard your name, Golden Rakshasa. I know you as one who has mastered both the Vander and Arsaid styles of swordsmanship. But your reputation does you little justice. I, too, am delighted that you strike me as greater than the legend you left behind. But I need to ask. Why the helmet? We're done with our pleasantries. Would you do me the honor of allowing me to see your face? How dare you! The Stahlridder. We gotta deal with them again. Such a pain. But what else is new, I guess? I like that determination of yours. But you will step aside. I am speaking to her. Very well. The Rakshasa isn't someone to be taken lightly. You fool! Only the strong may see the face of our illustrious lord. You need to prove your strength before you... It is fine. I don't mind. She's... She's so pretty! The Lance Maiden. Leanne Sandlot. The legends weren't far off. Indeed. She's more beautiful than any legend or painting could replicate. I'm sure the same could be said of her skill with a lance. Yes. I expect much from your crimson blade as well. Doofulley. Doofulley. Ines. Ineia. You may fight with your strength uninhibited. Yes, my lord. We're finally here! Woah! You made it! The Steel Maiden in the Golden Rakshasa. Heh, what a wild day. We're about to see a fight unlike any other. Now, let's both use our full strength. Forma, Iron Will Formation! It's my turn! My blade, calm as still water. Yes! Ha, 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 ha! Yes! Wie geil! Alter! Los geht's! You will face my blade! Ha, 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 ha! Losing is not an option! For my lord! I am the Stout, breaker of foes! The true battle begins now! For the honor of the Stalridden! I'll clear the way! All right! Radiant star formation! Very well! But this is not yet over! Gaze into the evil eye! It's my turn! Tja! Ich muss mich leider enttäuschen! Aber für euch drei ist es... Warte mal! Ach, scheiße! Geht der jetzt gar nicht! I see. So, you've come this far. It's my turn! He, 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 he! Was haben wir noch? Das da! Losing victory! Noble rise! Lief es zu mir! Brace yourself! Und wir haben sie gebraked, alter! Holy Grad cross! Ich bin Steele! Sie, der durchsetzt alles! Was zur Hölle? Das ist dein Ende! Grand Cross! Und ich hab das blöde Verteidigungsding drin, ne? Sorry! Was? Let's move! Es ist mein turn! Ähm... Finde ich lustig! Aber viel Spaß, Bitches! Zeit? Gah! He, he! Nicht schlecht! Warte mal! Ah, scheiße, kann ich nicht! Ähm... Wir müssen ja bloß eine Runde überlegen! Es ist weg! Ich lasse meinen Garten weg! Lief es zu mir! Warte, ich hab doch eins! Oh, der Rie ist tot! Der... Da-da-da-da-da! Warte mal, wer hat ein... Scheiße, wem hab ich das gegeben? Der Miljam, ne? Verdammt, wo ist die Miljam? Wir können doch die Miljam einfach austauschen! Scheiße... Äh... Oh, der hat sogar Dester. Aber gut, dann machen wir was anderes. Serum Powder. Ah, verdammt, die Dinger haben sie auch ausgetauscht. Oh, ihr Spackos, ey. Machen wir kurz mal schauen, was hast denn du noch? Oh. Äh, ja. Benutzt ich das Serum Powder? Machen wir Dester. Danke. Ich werde dich nicht lassen. Los geht's. Forme eine Iron-Wheel-Formation. So. Kann ich jemanden wiederbeleben, der... Ich kann die nicht wiederbeleben, ne? Oh Mann, warum tauscht ihr die einfach aus? Ähm. Let's go! Let's go! Aber wir sollten vielleicht ein bisschen aufkauen. Thanks! Let's go! Now! I won't let you! It's my turn! I won't let you! Ready, Tick! Let's go! Exion Vault! Wo soll ich sie hin? Ah, da ist sie! Boah, Exion Vault. Ich bin auf! Ähm... Ich will Cannon... La Forte. Wobei, da können wir eigentlich auch. Ne, können wir nicht. Das trau ich mich nicht. Spirit Univ... Let's go! Sehr gut. Es ist mein Turnier. Forma! Iron Wille Formation! Geh! Du bist fertig! Es ist mein Turnier. Alter, zieht meiner ab. I got this. Lightning Charge. Lightning Charge. I won't let you. Thunder as the roiling falls to the battlefield. Thunder as the roiling falls to the battlefield. I got this. Leave it to me. I got this. I got this. Holy Breath. Not in line watch. It's my turn. I got this. I got this. It's my turn. So, was hast du noch für Zeug? Der hat auch Holy Breath. Chronobreak. Let's go! Fuck, alter Junge. Kannst du mal... Ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt Cool Cure. Oder wie das Zeug heißt. Wo ist es denn? Von dem Zeug hab ich so viel da. Hyah! 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 Das zieht aber auch nicht viel ab, ne? Sollte man vielleicht lieber... Black Press. Not in line watch. The ball to the battlefield. Oh. Dann halt noch mal. Warte, machen wir Holy Breath? Und nochmal Holy Breath. Arcus, activate! Nein, noch nicht auf Gaius, alter. Thank you. Let's go. Spirit Univ... It's my turn. Roll. Helix. It's my turn. Oh, jetzt ist sie dran. Lass mich. Lass mich. Ah... Ich werd's wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Lass mich. Jetzt! Hey, öffne dich! Ich bin auf. Ruh! Heal die Strecke! Impressiv. Für alle, was ich überhaupt Angst gemacht hab. Ich kann's nicht verlieren. Alter, sieben... CP plus 200, wenn Energie langsam ist. Zweimal pro Kampf. CP automatisch hoch. 5 plus 5 jede Runde. Und pro Kill 20 CP, alter. Der ist nicht so... Der... ...fleischgewordene CP-Maschine, alter. ...fleischgewordene CP-Maschine, alter. Der... A battle between those who have reached the heights of skill. Still not enough. No! My lord! She was brought to her knees? This is impossible! What a battle! I wouldn't be shocked if this became one for the history books. To be honest, I am surprised. You are stronger than I was in my previous life. The victory is yours. She beat the Steel Maiden? Haha. Keep in mind. I am more experienced now than you were back then. And this... ...must be the pinnacle of my skill. Indeed. The only battlefield that lies beyond this is within the realm of the Great One. What? The Great One. We heard those same words in the Reverie Corridor. Ashen Chevalier. Reen Schwarzer. And your associates as well. Are you prepared? You bet we are! This is it! I'm asking this of all my students! I'm asking this of each and every one of my friends and comrades here with me! All of you, please! Fight with me! Yeah! Yeah! Heed my call! Valimar the Ashen Knight! We're ready, Tita! One Hector and a Kestrel. I will set the beacon. I will set the beacon. Acknowledged. Acknowledged. Boost Carrier! Ignite! Three, two, one, zero. Hector Mark II, Kestrel Beta, Liftoff! Hmm, not bad. Good luck, team. Better everyone and better, Kestrel. Just like I was told, it's even more vivid than it was during the Civil War. I guess I'm in on it, too. Let's go, Tilly. Understood. We'll give them all the strength we can. Remember, that thing can manipulate space. We don't know what it's going to do. Just make sure to work as a team and we'll get through it. Got it. Understood. Uh, Ultimate Barrier Geo Quake. Ultimate Barrier Shadow Rise. Chivalry Runes. Golden Howl, Gale Raid. Sundering Roar, machen wir das? Quickstar, Gold Arrow, Blade Dance. Gale Raid. Komm, wir müssen in Gaius mal schauen. Wir nehmen mal mit. Nein, die Yuna bleibt dabei. Die Yuna ist unser... Ich bin gespannt. Zu 70%... Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, die Arme, die... Achso, der Kopf hat keine Arme dazu, ne? Ja? A Versteckung! Ja! 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 Jetzt muss ich es abhauen! Mein Turn. Ha! Es ist der! Es ist meine! Teil Heimkanone. Ja! Stärke an Speedrunner! Ha, ha, ha! Stärke an Speedrunner! Ich bin auf! Helix. Was? Helix? Halt! Halt! Es ist mein turner! Ja! Natürlich! Ja! Hier geht's! Das! Es ist mein turner! Ja! Ein weiterer Schicksal! Ich hab das! Das auf 70% ging mir gleich rum. Es ist mein! Golden Howl Ja! Da haben wir wahrscheinlich einen richtigen Ausbild, man. WTF! Können wir das noch ne Runde aushalten? Ne, wir laden auf. Spirits! Es ist mein turner! Wenn er das macht, muss ich die Mitte angreifen, was ich? Nein, ich wollte den Finisher starten! Ja! Spirits! Es ist mein turner! Spirits! Es ist mein turner! Spirits! Es ist mein turner! Impeat & Burn! Stärke runter! Azure Wings! Los geht's! Alles in einem! Lass es mir! Azure Wings! Schuss! Jetzt kommt's mir erst! Deswegen diese Azure Wings! Die von der... ... die von der... ... die von der... ... die von der... ... die hat ja auch immer dieses Azure Zeug! erhalten! objective Goblin für den... ... die von der... Nummer, das ist mein Leben ... Eher! Muss ich her! Eyesong! Eher... Warte, ah! Es brauche ich halt! Geh mal weg. Das ist Muri und Tachi. Du stehst zurück. Bitte lasst es uns. Was ist mein Tachi? Du elender Mistkerl. Weißt du, was das gekostet hat? Ich gehe. Äh. Azur-Winge. Schaut es auf. Mein Turnier. Warte mal, der hält die Hände oben. Füße. Oh. Ach, du Scheiße. Es ist mein Turnier. Ich habe das. Gacken hier. Gacken hier. Äh. Ich stehe da normal, Totten. Jetzt können wir die Hände angreifen. Ja. Jetzt ist es, Tachi. Lass es auf. Was? Was? Der von Speedhoof. Ich gehe. Sky Ender. Okay. Den Ding erwischt es bloß voll. Was mit dem konnte ich nichts mehr machen? Alter. Überlebst. Oh. Oh Gott sei dran. Power Diminishing. Use of Spirit Charge advised. Jetzt habe ich bloß 60 Stärke hoch. It's my turn. Yes. Now's our chance. Keep it up. It's my turn. Sit. It's deep. It's opening. No Miss Fire. Alter. Power Diminishing. Use of Spirit Charge advised. Now. That's what you get for being careless. I got this. Hunt. It's my turn. Tempel Rouge. This will get a bit late, right? Fire! Alright. Quick start. Death und Speed wieder hoch. Set. I'm going. Man ist jetzt wieder das da ne? Ich dachte wieder alle. Let's go. All in one. Sie sind immer die, die, die das auslöst ne? So, nächster Move. Regeneriert sich das, oder? What the hell? The Arkuses are connecting everyone's strength. Everyone's hearts are with me. Now we can fight back. It's working. Let us push through. Sit. Now. And open it. I'm going. Aber jedes Mal, wenn das ist, dann... Now they can't keep it up. My turn. Huh. Yeah. It's mine. The Fire kennen wir schon. I got this. I got this. I got this. It's my turn. It's my turn. Then we're going to the middle. Now. Nobody. My turn. Okay. Helix. Helix. All right. It's my turn. Yeah. Let's go. All in one. Oh, Eski-Pro. I got this. Yeah, man. Whitebreaker. That's what you get from being kicked down. It's mine. It's my turn. Power diminishing. Use of Spirit charge advised. This will get a bit of spice. Fire. Let's go. Keep it up. Yeah. Yeah. Oh, and back is out. We'll keep going for a brighter tomorrow. But it's just a bit of a dash. All right. I must start updated. Brilliant. Woohoo. Good job. Thank goodness. You're amazing, Musée. You did great too, Ash. Hmm. Not bad. Hmm, yes. Their abilities were quite a sight to behold. Hmm. They were all right, I suppose. The battle is settled. Now, since you've lost, you owe us some answers. What? Perhaps we'll have you start by telling us about these experiments of yours. What is their purpose? And what do you plan to do next? True. Those are the questions of the day. For sure. Why'd you go through all the trouble to fix up these old hunks of junk anyway? And what does taking back the phantasmal blaze plan even mean? Ja klar, erklärt einfach alles. These Ions shouldn't even be able to function. The original three can only use those miraculous powers they had as a result of Crossbell's artificial subterian. But she's just a normal human now. There's no one left who can create such miracles. Though they weren't at full power, what made it possible for not one, but three of them to function like this? Oh. Guys? What on earth? The graduates of Thor's military academies, Class 7, have become quite impressive indeed. Until next we meet. Guys! Die Hand, die war ein Neid, alter. Die Hand, die war ein Neid, alter. Each experiment has borne fruit. The time is near. Shall we hearken to the will of the Abyss? Or shall we embark on a new route entirely? We must reach a decision before much longer. We leave, Stahlridder. Let's go. We'll have time for questions later. Let's go. We leave, Stahlridder. パ 4 2 Was is true? We're going to agree with you. äh Die Landsmaiden hat einen Noch einen? Einen gibt's glaube ich noch, aber den sehen wir irgendwann Das war... Haben wir auf dem Radar? Agathe! Agathe, bist du okay? Haha, ja Schön, dass du da auch hängst. Komm schon, keine Wasserwerke Die Wasserwerke... Ich versuche, ich bin okay. Sieh... Look at those little lovebirds. Just as I thought. I'll need to report this to the Prince. Aha, we didn't even get to do anything. What's the plan, Boss? Haha, let's grab some drinks with Nidhogg. They didn't get paid, so it'll be on me. You two go ahead and let them know. Got it. What about you? I'll pass. That's cold. It's been ages since we last hung out. Oh well, see you later. Huh. You guys used to hang out. Who knows. Having all these battles stolen out from under me is starting to make me lose my edge. Maybe fighting someone just like me will keep me sharp. What do you say? It can be as men, or as knights. Haha. Sure. It's a date. Haha. Can somebody open? What? We'll be trying to resolve your flight. I think so too long. Right? I'll be quiet here and listen to them all these. Hmm... Interessant. Das ist genau wie die Beziehung zwischen Orbel Network und Pleromagrassin Crossbell. Und jetzt ist das gleiche Phänomenon hier passiert, aber auf eine größere Ebene. Da muss noch etwas mehr sein für die Divine Knights und ihre Experimenten sein. Ich dachte immer vorher, ich kriege ein paar Antworten, was ist denn, die hauen einfach ab. Stattdessen hast du noch mehr Fragen.